und damit herzlich willkommen zum ersten tag hier vom amerika trip und ja wir laufen die lichtverhältnisse erinnert sich gerade kürzlich wir haben wahrscheinlich auch mehr rum als mich auf jeden fall geht es jetzt nach downtown l.a. und dann würde ich sagen sehen wir uns da auch gleich wieder und 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 Musik So wir laufen jetzt durch Little Tokyo Ich hab mir das irgendwie etwas größer vorgestellt Aber es ist halt nur Little Tokyo Nicht Groß Tokyo Aber eigentlich Das sieht eben alles aus ganz normal wie normal L.A. Aber wenn wir jetzt mal gucken Hier Das sieht doch irgendwie schon etwas mehr nach Asien aus Mal gucken ob man hier noch irgendwie am Essen oder irgendwas Also hier gibt's auf jeden Fall schon Sushi Aber ich weiß nicht Irgendwie hab ich mir das anders vorgestellt So wir befinden uns mittlerweile wieder auf dem Rückweg aus Little Tokyo Denn hinterher wie ihr seht ist schon wieder vorbei Ist alles normal L.A. Aber hier ist auch irgendwie nichts besonderes außer Sushi Und vielleicht fühlen sich sie halt hier heimisch Und ich erkenne das noch nicht Außer hier so ein Wunschbaum Aber ansonsten hab ich ja auch nichts wirklich anderes gesehen Also mal sehen was wir hier so noch finden So jetzt sind wir hier nochmal an einer ganz anderen Ecke gelandet Also gefühlt reisen wir heute durch alle möglichen Kulturen und Länder Wir hatten jetzt L.A. Hier hatten wir Little Tokyo Und jetzt sind wir hier beim ersten Haus Was ist jemals Wodurch die ganze Stadt hier entstanden ist Und das hat jetzt hier so einen kleinen Innenhof Warte Hier ist halt alles noch so alt Das ist eigentlich ganz interessant Also L.A. ist nicht nur Hochhäuser und sonst was Wir hatten auch eben ein kleines mexikanisches Gässchen So ein Markt Also es ist schon Man findet hier wirklich viel Und nicht nur Hochhäuser und Fassade So wir sind jetzt durch mit L.A. Downtown Jetzt geht's nochmal zum Hollywood Boulevard Aber da werden wir da nicht ausscheiden Weil wir heute schon genug rumgelaufen sind Ich werd mal schauen was ich euch so hier aus dem Auto festhalten kann So Leute und damit sind wir jetzt wieder zurück im Hotelzimmer angekommen Und ja es war doch ein sehr anstrengender Tag Ich weiß gar nicht was ich euch alles gezeigt habe Auf jeden Fall waren wir erst in L.A. Downtown Dann waren wir noch bei Beverly Hills da oben Da habt ihr aber eine Aufnahme aus dem Auto glaube ich Weil wir da selber nicht ausgestiegen sind Ja und dann sind wir noch was zu Venice Beach und so gefahren Aber da das Wetter dann schlechter wurde Habe ich das dann auch nicht mehr aufgenommen Aber ja ich denke man wird irgendwann bestimmt nochmal die Gelegenheit haben Dahin zu fahren wenn das Wetter gut ist Aber das soll soweit erstmal vom ersten Vlog gewesen sein Und dann ja bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da wenn es sich gefallen hat Abonniert gerne den Kanal Und ja wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt Aktiviert auch das Glock hier Dann würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao